Millionen sind hierher gekommen, an den Ort, an dem nach islamischer Überlieferung der Prophet Mohammed die ersten Offenbarungen empfangen hat. Für viele Gläubige ist die Reise nach Mekka die Reise ihres Lebens. Ein religiöses Großereignis in Zeiten, in denen sich die Kluft zwischen den Religionen vergrößert zu haben scheint und zwischen den Staaten. Wir sind von Gott gesegnet, dass wir an diesem Ort sind und wir beten zu Allah, damit die Situation sich für die islamischen Nationen verbessert. Und wir beten für die islamischen Länder, damit sie ihre Feinde besiegen können. Strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten in der heiligen Stadt angesichts der vielen Pilger. Es sind fünf Pflichten, die jeder gläubige Muslim erfüllen muss. Eine davon ist die Wallfahrt Hatsch. Wer es sich finanziell und gesundheitlich leisten kann, muss diese Reise unternehmen. Siebenmal umrunden sie die Kaaba im Hof der Großen Moschee. Am Dienstag feiern die Muslime weltweit dann das Opferfest.